So früh schon wach? Ich hab mir dieses sogenannte Geständnis vorgenommen. Es ist Blödsinn, entspricht ihm nicht. Olmar war Serienvergewaltiger, kein Mörder. Olmar hat angeblich Skylas Balkon bestiegen. Und da soll eine Schiebetür offen gewesen sein. So sind seine Vergewaltigungen abgelaufen. Der Balkon war von der Rußschicht überzogen, das Geländer auch. Es gab weder Hand- noch Fußabdrücke, keiner hat den Balkon betreten. Was noch? Keine Erwähnung des Tranchiermessers. Des Tranchiermessers? Er hat sich nach ihrem Tod in ihr ausgetobt. Wir haben das zurückgehalten, um falsche Geständnisse zu erkennen. Okay, das Geständnis ist falsch. Jetzt mal ungeachtet des Motivs, wer hatte die Idee? Wer profitiert? Borders, selbstverständlich. Cronin, wenn er das Verfahren gewinnt. Olmar hat ja vor ihm sein Geständnis abgelegt. Angeblich. Es gibt keine Aufzeichnung davon, nur das Dokument. Es gab einen Zeugen. Den Gefängniswärter. Ich setz Hector auf den Mann an. An den kommt er nicht ran. Nur ein Korb. Aber Achtung, nichts riskieren. Also, es hat sich an diese Verhältnissen berührt. Auch wenn wir in der Nacht cybernitzelblatt werden. Und das auch sind die Verhältnissen. Und das ist die Verhältnissen. Aber auch wenn wir in der Nacht developer sind. Was ist ein Verhältnis? Musik Musik